einen schönen guten morgen meine damen und herren und herzlich willkommen zum diesjährigen future talk automotive des sektors automotive und logistics der bayern lb ich freue mich sie heute begrüßen zu dürfen zu einem spannenden thema das ich mit meinen panel teilnehmern diskutieren möchte wir sprechen über die möglichkeiten der steigerung der resilienz unserer lieferketten in der automobilindustrie aber natürlich auch interessant und spannend für andere sektoren ja wenn man darüber nachdenkt was die lieferketten thematik und problematik beinhaltet ich glaube dann denkt jeder so ein stück weit an die corona pandemie zurück die corona pandemie war sicherlich der der höhepunkt der lieferketten problematiken die zu großen verzögerungen im gesamtsystem geführt haben aber am ende des tages natürlich gut bewältigt werden konnten man kann sich fragen warum sprechen wir heute noch darüber die größten probleme sind doch mutmaßlich bewältigt dem scheint auch so zu sein wir werden das später in einem kurzen wrap up quasi vom jürgen michels hören es sieht aber so aus als wenn langfristig ist noch themen gibt um natürlich auch auf weitere pandemien oder andere einschnitte vorbereitet zu sein über die möglichkeiten diese resilienz der lieferketten zu zu steigern will ich heute mit meinen gästen sprechen meine gäste sind heute hier vor ort ich begrüße unter anderem den herrn walter bauer cfo der hirschvogel gruppe die hirschvogel gruppe ist entwicklungspartner und fertigungsspezialist der automobilindustrie sie verfügt über neun produktionsgesellschaften über drei kontinente hinweg und ist weltweit größter hersteller in der massiv umformung von bauteilen aus stahl und aluminium herzlich willkommen erbauer dann mein zweiter gast über den ich mich sehr freue extra aus shanghai angereist christian sommer ceo und chairman unseres german centers in shanghai christian sommer verfügt über 25 jahre china erfahrung und kann uns sicherlich sehr sehr gute insights und details geben wenn es um die wirtschaft chinas geht aber auch um diskussionen innerhalb der gesellschaft in china selbst herzlich willkommen der dritte gast daniel steiner partner von pwc herr steiner verfügt über umfassende beratungs- und industrieexpertise ist partner bei pwc und hat bereits zahlreiche projekte im automobil und zuliefersektor begleitet und sicherlich auch eine sehr sehr spannende zeit in den vergangenen drei jahren in der automobilindustrie begleitet von daher auch herzlich willkommen vielen dank last but not least dr jürgen michels unser chef volkswirt der bayern lb die meisten von ihnen werden ihn kennen er ist bekannt und geschätzt für seine sehr sehr prognose seine prognose sicherheit er hat zuvor oder vor den zeiten der bayern lb bei der city group in london gearbeitet und bei saal oppenheim in köln und auch ihn heiße ich herzlich willkommen bevor wir jetzt in das panel einsteigen gibst du uns jürgen ein kurzes wrap up noch mal ein kurzes intro zum thema lieferketten wo stehen wir aktuell was sind die herausforderungen was waren die herausforderungen und ja ich freue mich sehr auf deinen vortrag vielleicht noch einen kurzen hinweis während du zum panel schreit oder zum zum hierhin schreitest sie können natürlich fragen stellen entweder über dich die chat funktion gleich hier im webex oder alternativ gerne auch per e mail an marketing ich übergebe an jürgen michels bitte ja vielen dank dominik und ich freue mich sehr heute dabei zu sein um eine kurze einschätzung dieser themen zu geben und ich habe es überschrieben mit akute probleme adressiert beziehungsweise glaube ich in großen teilen in den griff bekommen aber dass die strukturellen herausforderungen bleiben und ich möchte auf erstmal ein paar globale entwicklungen eingehen und dann am schluss mich ein bisschen näher dann richtung automobilindustrie und die drängenden probleme hier mit beschäftigen wenn man sich hier an der rechten grafik anschaut wie sich denn die globalen lieferengpässe entwickelt haben dann sieht man ja zwei ziemlich große phasen wo es sehr eng war das erste war zu beginn der pandemie und dann wurde das ganze noch mal während der mehr erholungsphase im grunde genommen noch mal deutlich verschärft und durchaus dann nach ausbruch des krieges in der ukraine nach dem angriff der russen auf die ukraine noch mal verschärft wir sehen jetzt aber dass wir global von wenigen ausnahmen abgesehen nicht mehr davon sprechen können dass wir irgendwelche lieferengpässe hätten sondern der indikator der hier von der new york fed rausgegeben wird der zeigt momentan eigentlich eine entspannung an das heißt an der stelle dürfte es nicht mehr so viele probleme geben aber wir sehen gleichzeitig und das hier sind keine absoluten zahlen auf der linken grafik sondern jahresveränderungen dass nach der starken erholung des welthandels nach dem ersten nach der ersten phase der pandemie der wendthandel trotzdem weiter schwächelt das ist nicht aufgrund von lieferengpässen zurückzuführen sondern das hat ein großteil damit zu tun dass wir hier sicherlich eine schwächere globale nachfrage haben und das zeigt sich zum beispiel auch an der entwicklung der rohstoffpreise hier sicherlich auch noch mal zurückblickend gerade was die energiepreise angeht im letzten jahr mit rekordzahlen versehen weil dort lieferengpässe beziehungsweise lieferprobleme förderprobleme in den vordergrund getreten sind das ganze ist jetzt ein stück weit weg man hat solche themen gerade auch für europa wieder in griff bekommen wir konnten hier ein paar lng terminals aufstellen was für deutschland dann im rekordtempo gelaufen ist für andere sachen haben wir das leider noch nicht mit reinbekommen aber hier hat sich zunächst mal eine entspannung ergeben was man aber sieht bei diesen globalen rohstoffpreisen wie auch im globalen welthandel ist eigentlich die tatsache dass wir aufgrund der verschärfung auch der geldpolitischen maßnahmen eine abkühlung der weltwirtschaft momentan sehen hier vielleicht aber ganz gut zu sehen anhand der entwicklung die wir bei den einkaufsmanager indizes haben das ist somit das zeitnahste und beste barometer wie sich denn die globale wirtschaft entwickeln da sieht man anfang des jahres sah es erst mal ganz gut aus auch mit der öffnung chinas nach dem wegfall der corona restriktionen und jetzt sieht man im größeren maße dass der anstieg der zinsen weltweit dann auch zu einer nachlassenden nachfrage führt und letztendlich dann auch zu einer geringeren wirtschaftstätigkeit wir sehen aber auch aus der deutschen perspektive dass sich eine sache verändert hat die in den letzten jahrzehnten immer wieder der treiber nicht nur des handels sondern auch des wirtschaftswachstums auf unserer seite war das ist nämlich der handel mit china der war gerade schon gesagt über viele jahre eine quelle für das wirtschaftswachstum in deutschland der hat stark auch hier zum netto wachstum beigetragen und das war während der phase wo china sich im prinzip in den welthandel integriert hat der anteil der deutschen exporte ist deutlich gestiegen von einem halben prozent noch im jahr 2000 auf zweieinhalb prozent dann vor der großen globalen finanzkrise seitdem sind wir aber nur noch ein ganz kleines maße nach oben gegangen und aktuell sehen wir hier schon eine gewisse verlangsamung die eingetreten ist es wird noch kompensiert durch stärkeren handel auf seiten der usa aber hier kommt man noch bevor diese großen strukturellen themen reinkommen die ich jetzt kurz adressieren möchte schon mal rein dass wir einfach in china aufgrund der lockdowns auch im vergangenen jahren das sind zahlen bis 22 hier mit drin durchaus eine verlangsamung gesehen haben das heißt also wir haben hier in teilen konjunkturelle entwicklungen gehabt wir hatten die einflüsse durch die pandemie und andere schocks die scheinen jetzt größtenteils behoben zu sein und jetzt ist die frage nach vorne welche strukturellen veränderungen sehen wir denn gesamtwirtschaftlich da gibt es faktoren demografischer wandel digitalisierung dekarbonisierung aber auch die de globalisierung die aus unserer sicht in großen teilen auch die gesamtwirtschaftliche entwicklung prägen werden und das wird natürlich auch auswirkungen haben auf lieferketten hier wird natürlich insbesondere das thema der de globalisierung beziehungsweise anderer politischer lagerbildung eine rolle spielen die de facto glaube ich bis jetzt noch wenig in den zahlen zu sehen ist aber da vorne hin sicherlich im viel stärkeren maße eine rolle spielen wird auch auf der seite der dekarbonisierung haben wir immer mehr veränderungen drin es wird in europa eine carbon border adjustment tax diskutiert es wird viele andere themen geben was auch den internationalen transport die logistik beeinflussen wird hier also größere veränderungen für die globalen warenketten und sicherlich auch auf dem thema der digitalisierung bekommen wir andere möglichkeiten auch das sourcing durchzuführen und dementsprechend wird es hier größere veränderungen geben demografischer wandel spielt auch eine rolle das thema facharbeiter knappheit das thema arbeitskräfte knappheit wird in zunehmendem maße auch für die erstellung von produktionsstandorten eine rolle spielen und dementsprechend auch die frage sein wo kann wer was produzieren und dementsprechend glaube ich sind diese vier d's nicht nur für die gesamtwirtschaftliche entwicklung von großer relevanz in den kommenden jahren sondern sicherlich auch über die entwicklung von lieferketten wenn man sich jetzt anschaut wie planen denn europäische unternehmen ihre aktivitäten und da kam gerade diese woche eine umfrage der ezb unter großen europäischen unternehmen raus jetzt keine riesen gruppe von unternehmen die dort geantwortet haben von dem großen survey haben leider nur 65 wohl laut angaben der ezb an diesem survey teilgenommen aber ist trotzdem ganz spannend zu sehen wo denn die unternehmen ihre standorte planen oder halt nicht planen und in den letzten fünf jahren hatten wir einen großen teil der standorte die tendenziell also ist immer die frage habe ich einen schwerpunkt aber ich keinen schwerpunkt tendenziell außerhalb der eu geplant wurden dieser große ja eher mittelblaue bereich weder innen noch außerhalb der eu heißt halt ich habe hier eine verteilung auf verschiedene gebiete mit reingebracht dort war das in der vergangenheit der dominierende teil wenn man sich jetzt die gesamtentwicklung anschaut von allen unternehmen da sind wir schon eine größere tendenz dass wir auch wieder innerhalb der eu standorte ansiedeln wollen das heißt hier gibt es eine gewisse verschiebung und wenn man sich die absolut zahlen anschauen bei den themen diversifizierung friendshoring nearshoring dann hat das in den letzten fünf jahren noch einen relativ kleinen anteil gespielt jetzt nach vorne hin planen aber viel mehr unternehmen in diesen gründen oder mit diesen gründen ihre investitionen zu tätigen und da kommen durchaus eine reihe von mehr strategischen überlegungen mit rein was spricht dafür in der eu zu investieren was spricht dagegen und ein großer grund warum zunehmend in der eu investiert werden wird es ist dieser dunkelblaue balken was spricht für die eu ist das thema geopolitische risiken unsicherheiten ich glaube viele unternehmen haben nicht nur ihre kostenüberlegungen bei der entscheidung welchen standort möchte ich eingeben sondern ich bekomme zusätzlich noch mal einen risikoparameter den ich politische unsicherheit nennen könnte und an dem parameter muss man einfach sagen wenn ich in der eu bin gibt sicherlich abstriche aber dort habe ich diesen parameter mit einer viel kleineren größe zu versehen als es dann in anderen teilen der welt der fall ist und dementsprechend ist das sicherlich ein faktor der für europa spricht und das andere was durchaus auch ein faktor für investitionen europa im vergleich zu anderen regionen spricht ist das thema klimawandel da ist sicherlich außerhalb der eu das thema mit dem ira in den usa als gegengewicht zu sehen beziehungsweise das sieht man auch bei dem thema energiekosten wo europa ganz klar im nachteil ist und auch in bezug auf ein thema was in der vergangenheit sehr wichtig war für die diversifizierung auch von standorten das war die geografische verteilung des umsatzes dass man einfach an bestimmte märkte reingehen möchte das spricht nicht für europa ist weiterhin ein grund für investitionen auch im ausland und das ist auch bei dem thema arbeit der fall wir können nicht im ungestrengten maßen hier die produktion oder standorte nach europa bringen weil das thema demografischer wandel hier einfach eine größere rolle spielen wird das thema spielt nicht nur bei der standortdiskussion eine rolle sondern viele rohstoffe versucht man auch anders zu sourcen hier auch wieder gleiche tendenz wie das vorher gesehen haben man möchte mehr in den bereich von europa reingehen aber man stellt da natürlich auch im detail fest dass das wahrscheinlich nicht immer machbar und möglich ist durchzuführen das heißt die planungen sind da unternehmen möchten in die richtung reingehen es wird aber wahrscheinlich schwierig sein es wirklich auch in die tat umzusetzen und wenn es auf einzelne länder geht und das glaube ich kann das peddelt gleich auch gut mit abdecken spielt natürlich ein land eine sehr große rolle das ist die frage wo sind die größten abhängigkeiten zu sehen und da steht china weit vor allen ländern sowohl bei dem thema was beziehe ich aus dem land ja es sind wichtige rohstoffe und gleichzeitig sieht man dass man dort auch ein relativ hohes risiko damit in zusammenhang bringt und das auch dann wirklich die branche in größere bedrängnis bringen könnte also dort ist china ganz weit vor allen anderen ländern zu sehen was hier zum thema werden könnte und gleichzeitig sehen die meisten unternehmen dass es nicht so einfach sein wird ihre produktions komponenten anders aufzuteilen ja es ist keiner der sagt es ist leicht eine substitution von diesen maßnahmen vorzunehmen und ein sehr großer teil fast über 60 prozent sagen es ist sehr schwer das ganze zu tun und das spiegelt sich dann auch wieder bei der umsetzung der frage wie kann ich mein länderrisiko diversifizieren dann sind wir im bereich von 25 30 prozent dabei von unternehmen die sagen nee das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht oder wir planen es auch gar nicht eine ganze reihe der unternehmen ist dabei das zu tun und dort ist es schon interessant zu sehen dass es nicht nur im bereich der eu läuft sondern viele da auch versuchen das international zu gestalten und an der stelle wird sicherlich die usa an besondere attraktivität gewonnen haben wenn man sich jetzt mal anschaut wie ist der kraftfahrzeug der kraftwagenbau aufgestellt diese woche wurde eine studie hier vom prognos mit dem verband der bayerischen wirtschaft veröffentlicht da ist es erst mal interessant zu sehen was wird denn wirklich importiert in form von vorleistungsteilen und hier sind antriebssysteme teile für den fahrzeug body motoren bremssysteme und fahrzeug oder fahrgestellekorossorien ganz oben mit dabei und wenn man das im hinterkopf hat ist auch relativ klar und gut zu erklären warum die wichtigsten deutschen import länder in erster linie in europa liegen dann haben wir tschechien polen italien frankreich und ungarn wo die deutsche kraftfahrzeugbauer in erster linie ihre importierten güter herbekommen gleichzeitig sieht man aber dass in dem ganzen bereich weltweit china hier die große rolle spielt gefolgt von den usa und das ist natürlich das thema was wir vorher auch gesehen haben prognos hat hier eine einschätzung gegeben wie ist der zugang in diese länder und wie stark bestehen dann auch risiken hier reinzukommen wenn man das sieht muss man sagen warum haben wir denn eigentlich die großen probleme gehabt in der vergangenheit was das thema lieferketten angeht hier haben wir so kleine komponenten mit chips natürlich nicht mehr drin das ist relativ wenig wenn man sich das auto bei den gesamtteilen anschaut vielleicht eine bessere indikation dazu zu bekommen hier auch wieder nach branchen aufgeteilt ist wenn man sich die v geräte elektronik optik anschaut wo dieser anteil einfach größer der fall ist da sieht man schon ganz klar dass china hier der haupt oder das haupt import land aus unserer sicht ist gefolgt von taiwan und da haben wir natürlich dann ganz klar diese abhängigkeiten die sich materialisieren und zeigen warum ist das ganze jetzt für die automobilindustrie klar dieser kleine teil mit einer viel größeren rolle versehen aus diesen vier ds auch getrieben haben wir das thema elektrifizierung die ganz oben steht und dementsprechend werden diese komponenten auch in zukunft eine viel größere rolle spielen als das momentan noch in den zahlen zu sehen ist neben dieser elektrifizierung des antriebs kommt das thema digitalisierung sowohl innerhalb des cockpits als auch oder ums fahren mit rein also hier wird sich sicherlich die gesamte lieferketten chromatik sehr sehr stark verändern und vielleicht zum gewissen punkt wir nach vorne hin vielleicht nicht mehr so sehr auf ps sondern mehr auf bytes schauen werden wie die autos positioniert sind wir haben da am 27 oktober ein kollege von mir der wolfgang linder auch eine studie zu dem thema rausgegeben hier sehen wir aber wertschöpfungsketten verändern sich das wird wahrscheinlich auch dazu führen dass wir die lieferketten auch in der automobilindustrie nach vorne deutlich verändern werden das gleiche zeigt sich dann auch bei hier eine studie von mckinsey bei der frage wie viel halbleiter werde ich denn in der zukunft brauchen hier wird sich sicherlich eine ganz andere dynamik entwickeln wir versuchen jetzt auf der europäischen seite mit der bereitstellung von entsprechenden fabriken das hier auch selber auf die reihe zu kriegen aber das wird das problem wahrscheinlich nur in ganz kleinen teilen lösen können weil ein großteil der komponenten der rohstoffe dafür weiterhin halt auch aus dem ausland kommen und hier auch in erster linie wieder von china kommen werden das heißt all das auch wenn wir hier ein stück weit versuchen eine unabhängigkeit herzustellen wird zunächst nicht laufen und dementsprechend werden wir an der stelle nicht autark werden können wir werden in der zukunft uns auch auf globale wege versteifen müssen vertrauen haben müssen gleichzeitig müssen uns aber auch bewusst sein dass diese globalen wege immer holpriger werden und gerade die aktuellen krisen zeigen wie anfällig das ist und im weg auf die us-präsidentschaftswahlen aber auch bei den anderen konflikten muss man sich im klaren sein dass wir hier auch in den kommenden jahren keine ruhe bekommen werden was die absatzmärkte vielleicht noch mal angeht auch hier zu sehen wird auch in der zukunft wahrscheinlich kein weg daran vorbeiführen dass die größten märkte in china liegen werden und dementsprechend wenn ich diese märkte auch bedienen möchte muss ich mir überlegen wo ich produziere wo ich meine vorprodukte herbekomme das heißt an der stelle wird die automobilindustrie beziehungsweise die musik weiter auch dort spielen europa selber hat hier noch mal gut zu sehen nach der recovery von der coronapause nach vorne hin sicherlich nur gewisse möglichkeiten und zu glauben dass wir hier ohne einen starken chinesischen markt nach vorne uns bewegen werden die sind glaube ich illusorisch es wird sicherlich veränderungen geben richtung indien richtung andere märkte wo man vielleicht dann auch vor ort produzieren kann aber dass man solche ketten schnell umstellen kann ist aus meiner sicht sehr unwahrscheinlich ich würde es da mal an der stelle belassen und freue mich auf die diskussion jetzt ja dankeschön für die einführung jürgen starten wir vielleicht gleich rein ins panel herr bauer noch mal herzlich willkommen schön dass sie da sind vielleicht kurze frage oder kurz frage zum einstieg wie war hirschwogel von der corona pandemie von den lieferketten engpässen betroffen sicherlich eine sehr spannende zeit für unternehmen für sie persönlich auch für ihre kollegen vielleicht können sie uns kurz abholen ja wir waren in der tat massiv betroffen wir haben natürlich versucht unseren lieferverpflichtung nachzukommen was mit unserer local for local strategie die wir aufgrund unserer schweren teile haben müssen uns gut gelungen ist aber wir waren natürlich durch die halbleiter verknappung stark getroffen und auch dann als der ukraine krieg also das war für uns eigentlich keine keine erholung nach corona fehlten ja auch kabelbäume so dass wir als zulieferer auf hohen beständen saßen und dann aber mit vollgas und vollbremsung sozusagen durch diese zeit kommen mussten das war nicht leicht und da gilt noch der der dank an meine an unsere mannschaft ja also wir haben sehr viel nachteile dadurch erlitten hohe kapitalbindung hohe zwischenfinanzierung ja so würde ich zusammenfassen würden sie beschreiben dass der die großen größten einschnitte in ihrer eigenen wertschöpfungskette gelegen haben oder lief es eher darauf hinaus dass sie auch sehr sehr stark auf ihre zulieferer schauen mussten um dort ja die lieferkette ein stück weit im griff zu haben also wir hatten mit unseren zulieferern die im wesentlichen stahl und aluminium zur verfügung stellen eigentlich wenig probleme die haben sich extrem flexibel gezeigt waren auch gut vorbereitet auf die situation muss man im nachhinein sagen also wir waren eher mit unserer wertschöpfungssituation über die über die drei kontinente ordentlich beschäftigt und sind dann am ende mit höheren lagerbeständen sozusagen eine flexibilisierung für die für den rest für den kunden sozusagen gegangen wenn wir das thema lieferketten so aus heutiger sicht betrachten würden sie der einschätzung folgen dass sich da auch in der zusammenarbeit in der kooperation zwischen herstellern zulieferern dass sich da was getan hat hat sich da bereits was geändert auch wenn man daran denkt jürgen michels hat es schon reingebracht die risk in die körperling nearshoring ist es spürbar also es hat auf jeden fall ein gewisser trend begonnen wir haben ich würde es mal so sagen dass eine oder andere strategische zusammenarbeitsgespräch inzwischen erfahren das war ja vor corona weniger der fall wir haben natürlich ein oberstes prinzip immer noch dass wir täglich erfahren der preis gilt immer noch als wichtigstes entscheidungskriterium und weniger die die stabile lieferkette so würde ich jetzt mal salopp formulieren allerdings wird man in der tat jetzt als als lieferant partnerschaftlicher gesehen also man will auch die meinung von uns hören und da freuen wir uns darauf dass wir sowohl mit oems wie mit tier ones inzwischen gute gespräche eingetaucht sind wenn sie heute auf die lieferketten blicken sind wir wieder in einer normal situation wie sie soeben beschrieben wurde fühlt man das auch tatsächlich so ich meine gerade gibt es einen größeren größeren fall eines oems der produktionsausfälle im sechsstelligen bereich hat weil ein zulieferer nicht in der lage ist teile zu liefern komponenten zu liefern also normal würde ich den zustand nicht nennen normal war irgendwas vor vor corona als man einfach ein steady flow hatte man just in sequence geliefert hat oder just in time und er mit dem wachstum gekämpft hat ich glaube wir haben immer wieder auch durch unwetter jüngstens lieferprobleme verschiedener zulieferer das kann aus meiner sicht so schnell nicht gelöst werden also wir glauben dass wir als zulieferer sehr flexibel aber auch gleichzeitig gut abgestimmt mit den kunden agieren müssen das neue normal ist eher die die weiterhin unruhigen zeiten und ein thema noch was mir wichtig ist dass batterie elektrische fahrzeug mit seinen nachfrage schwankungen ist natürlich noch eine weitere herausforderung keine frage also wir halten fest wir müssen uns weiterhin darauf einrichten sehr flexibel zu sein und wir hoffen zwar nicht von krise zu krise zu laufen in den nächsten jahren aber wir werden uns sicherlich diese flexibilität beibehalten müssen auf jeden fall dankeschön herr steiner vielleicht kurze frage an sie die automobilindustrie hat wie quasi keine industrie weltweit ihre lieferketten ja automatisiert so komplex gestaltet wie wie andere industrien die geopolitischen herausforderungen nehmen zu welche maßnahmen sehen sie aus beratungsperspektive vielleicht auch aber auch aus ihrer industrie expertise als wesentlich an um die resilienz der lieferketten zu steigern wenn man da drauf schaut sieht man eigentlich vor allem eines ich glaube es gibt kaum eine industrie die im prinzip von der lieferkette her so komplex gestaltet ist wie die automobilindustrie wir haben seit 2009 sind an der stelle so knapp 500 unternehmen regelmäßig im quartal ausgewertet und was man eigentlich daran ganz gut zieht ist 2009 10 haben wir ungefähr so knapp unter 20 prozent der automobilzulieferer waren in dem bereich die wirklich eher als distressed die gelten haben also nicht insolvenznah aber distressed financially gesehen wenn man im prinzip jetzt die coronakrise anschaut sie hatten es ja gerade auch gesagt ja das war im prinzip quasi vollbremsung und wieder anfahren das hat aber an der stelle deutlich besser in der lieferkette funktioniert wie nämlich der september 2021 das ist im prinzip so an der stelle als semiconductor crisis mit aufkam und die lieferkette wirklich durchgeschüttelt hat da hat man im prinzip in dieser statistik hat man gesehen dass wir knapp über 50 prozent der zulieferer in den status gekommen sind wo letztendlich nicht nur das thema profitabilität sondern vor allem auch das thema am cash gebunden mit working capital eines der grundlegenden themen mit waren deswegen also ich glaube was man schon sagen kann ist die lieferkette ist komplex und genau deswegen hängt das eigentlich an der stelle auch die maßnahmen hängen sehr sehr stark damit zusammen wie kriegen wir eigentlich diese komplexität gemanagt in dieser lieferkette und für mich sind es da eigentlich im wesentlichen drei maßnahmen als das erste ist ganz klar das thema transparenz was wir festgestellt haben und was wirklich erstaunlich war war oft war im prinzip quasi auf oem seite auf tier one seite war im prinzip quasi nicht ganz klar wie im prinzip die lieferketten exakt mit welcher kapazität wo zusammenhängen auch das thema wo entsteht eigentlich quasi das risiko vom engpass aber auch finanziell entsprechend an das risiko in der belieferung auch daraus haben wir glaube ich ganz ganz viel gelernt deswegen das ist etwas was letztendlich risikomanagement und transparenz eines der wesentlichen punkte sind als maßnahmen das zweite ist und ich glaube auch in ihre richtung geschaut ich glaube das haben sie ja auch hervorragend hinbekommen auch wenn an der stelle das eine herausforderung ist dass das thema flexibilisierung nämlich das thema flexibilisierung von kosten wo die zulieferer 60 bis 80 prozent ungefähr tatsächlich ihre kosten kurzzeitig flexibilisieren konnten aber letztendlich auch wenn wir heute ja im prinzip reinschauen bei den oem sehen wir im prinzip genauso das thema dort maßnahmen der flexibilisierung beispielsweise habe ich in einem werk nur ein modell wo ich im prinzip auf dieser linie laufen lassen oder wie im prinzip andere oems an der stelle heute auch in den quartalszahlen ja im prinzip berichten letztendlich über die flexibilisierung mehr in der produktion tatsächlich auch dort erfolgreich zu sein maßnahme nummer zwei das thema flexibilisierung und das dritte ist im prinzip ganz klar das thema komplexitätsreduzierung und dann kommen wir im prinzip genau zu dem punkt den sie vorher angesprochen haben nämlich das thema wir schauen im prinzip uns die lieferketten global an stellen im prinzip quasi fest naja wenn im prinzip teile ein paar monate auf dem weg von asien hierher sind dann muss man sich ziemlich genau die frage stellen an der stelle auch wie viel flexibilität habe ich eigentlich in dieser supply chain denn überhaupt noch drin genau deswegen ist eigentlich eines der kernpunkte das thema auf der einen seite natürlich entwicklungsseitig variantenmanagement auf der anderen seite auch ganz klar in richtung supply chain nämlich die frage sich zu stellen an welchen punkten kann ich denn eigentlich wirklich das thema nearshoring gezielt einzusetzen ohne dabei und sie sprachen es gerade an unsere supply chain und auch das thema automobilindustrie ist hoch kompetitiv nach wie vor und wir sehen es im prinzip quasi auch dass natürlich auch asiatische wettbewerber im oem-feld auf den europäischen markt bringen deswegen das ist ein ganz klarer fall ein abwägen von nearshoring lieferketten stabilität und an der stelle auch letztendlich dann quasi die kosten in dieser lieferketten ich glaube das thema transparenz ist ein ganz wichtiges ihre einschätzung ist das überhaupt von allen beteiligten gewollt eine wirkliche transparenz in die in die lieferkette reinzubekommen insbesondere von seiten der oems ja ich glaube wir haben in summe in der automobilindustrie da tatsächlich in den letzten jahren ganz ganz viel dazugelernt das thema transparenz partnerschaftlich zu agieren nämlich was wir alle gesehen haben ist wenn ein teil in diesem auto fehlt dann gibt es im prinzip beben in dieser gesamten lieferkette von daher auf einmal hat im prinzip quasi wirklich auch first tier second tiers oems haben an der stelle wirklich ziemlich gut zusammengearbeitet und haben quasi auch jetzt einen partnerschaftlichen weg glaube ich gefunden sind wir perfekt an der stelle momentan in der industrie nein das sind wir noch nicht aber wir haben deutliche fortschritte gemacht im thema transparenz und in thema lieferkette das heißt sie würden sie würden schon einschätzen dass sich die automobilindustrie dort während der coronapandemie auch aus perspektive der zusammenarbeit die ja nicht immer perfekt ist zwischen oem und zulieferer wir kennen das alle schon durchaus geändert hat die frage ist halt die frage der nachhaltigkeit weil ich persönlich spüre schon dass die coronapandemie ist jetzt einige zeit her dass dort wieder eine gewisse rückwärtsbewegung eingestellt eingetreten ist insbesondere natürlich auch vor dem vor dem hintergrund dass es jetzt gegebenenfalls dann auch noch mal eine nachfrage schwäche reingeht die margen bei den automobilherstellern nicht mehr so hoch sind wie sie noch 2022 21 waren das sind glaube ich alles aspekte die darauf noch mal einzahlen absolut das thema partnerschaftlichkeit geht natürlich einher mit wettbewerbsfähigkeit und genau deswegen ich bin da vollkommen bei ihnen das ist ein punkt unsere industrie ist so aufgestellt unsere industrie ist quasi hoch kompetitiv und an der stelle aber auch das thema transparenz ist wichtig wir haben glaube ich viel dazugelernt aber letztendlich jetzt an der stelle auch wir sehen es jetzt in jüngster zeit haben tatsächlich auch wieder call of schwankungen deutlich zugenommen das heißt die abrufe an der stelle wo sich ein zulieferer darauf einstellt aktuell wo er seine produktion plant haben wir im prinzip deutliche schwankungen in der lieferkette mit drin und das wirkt sich am ende ganz klar auf die financials und auf den cash die liquidität die momentan in dieser industrie verfügbar ist aus von daher ja das hat auch seine grenzen vielleicht noch mal das thema nearshoring sie hatten schon angesprochen als dritte wesentliche maßnahme gerne auch durch die anderen beteiligten gerne eine einschätzung ich glaube das ist ein wichtiger aspekt aber kann dieser aspekt für sämtliche komponenten in der zulieferindustrie gelten müsste er durch schlüssel also in schlüssel komponenten stattfinden und ehrlicherweise pandemien können auch teilweise lokal auftreten oder auch dort können lieferketten engpässe dadurch wahrscheinlich nicht 100 prozent gelöst werden also ich glaube auch das thema nearshoring ist ein wesentlicher aspekt um das thema lieferkette zu stabilisieren es wird aber nicht in allen komponenten und commodities an der stelle so mit durchsetzbar sein warum wir im prinzip das thema rohstoff weiterverarbeitung ist im prinzip schon mal der erste punkt wo man an der stelle tatsächlich die einschränkung sieht unsere supply chain ist global und sie wird auch nach wie vor in vielen komponenten sehr global sein und es ist sicherlich am ende des tages auch einen kostenfaktor dual source zu betreiben und mehrgleisig zu fahren das ist so also das ist ja nicht nur die frage doppelung von werkzeugen etc sondern auch wie viel kapazität halte ich denn an der stelle vor um letztendlich dann wenn ich selbst eine dual source habe ist ja im prinzip quasi die frage habe ich im prinzip die am die kapazität um quasi so flexibel zu reagieren und genau das ist an der stelle einfach mit hohen investitionen verbunden von daher auch das hat seine grenzen und sie herr bauer würden sich in einer single source position immer wohler fühlen absolut ja wir haben mit dem so wie es herr steiner gesagt hat mit dem thema dual source immer einen hohen fixkostenblock im zweifel der uns stark belastet und wenn dann neben der fehlenden auslastung auch noch zusätzlich volatilität hinzu kommt dann tun sich glaube ich alle zulieferer mit der situation sehr schwer also es wäre unser wunsch natürlich möglichst transparent zu wissen ob man single oder second source ist man kriegt sehr öfter auch dann selber raus oder gesagt ja in china vielleicht gesagt aber da wäre wäre es für uns sehr sehr wichtig dass wir dann über über finanzielle lösungen sprechen können mit den oems und tier ones also dieses bevorhalten und die volatilität sind einfach nicht komplett abatmen war das geht nicht er soll mal vielleicht kurz wir sprechen in europa relativ viel über lieferketten resiliente lieferketten zusammenhänge in der automobilindustrie wir sehen herr steiner sie hatten schon gesagt asiatische chinesische hersteller die auch stark nach europa drängen werden wie relevant ist das thema aus lokaler aus chinesischer perspektive wird es da ähnlich diskutiert oder hat man da gar nicht so große vorbehalte also lokale perspektive in ihrer frage verstehe ich jetzt so dass sie auch auf die chinesischen automobilhersteller abstellen denn lokale perspektive heißt ja dass die deutschen firmen die in china verkaufen immer die lokale perspektive haben daher vielleicht noch kurz zu den lieferketten die ergänzung wenn wir natürlich sag ich mal firmen haben die die größe von hirschvogel haben ist das noch mit verschiedenen standorten denkbar wir dürfen eins nicht vergessen großteil des deutschen mittelstands jetzt gehe ich eben nicht in die milliarden konzerne sondern vielleicht die stufe drunter die haben schlicht nicht die möglichkeit jetzt überall produktionsstätten aufzusetzen das ist der erste punkt und das zweites die wollen es auch nicht denn die technologie die dann in diesem produkt drin ist wollen sie nicht aus deutschland aus gutem grund und da rede ich jetzt gar nicht nur für china sondern gegebenenfalls usa oder andere stotte abgeben und außerdem ist das volumen wiederum auch gar nicht so groß dass ich damit zwei volle produktionsstätten wo ich ja dann entsprechend wiederum alle materialien bräuchte und vor allem ich brauche die source mensch ja wir haben eben gerade eigentlich mehr die source material besprochen die wesentliche source die wir derzeit sehen ist die source mensch die mehr und mehr den mittelständischen aber ich glaube auch den großen firmen sorge bereitet nämlich die fachkompetenz die ich entsprechend in den märkten und auch natürlich zu hause sprich in deutschland brauche also das vielleicht als eine ergänzung die wir sehen müssen die chinesischen firmen völlig richtig ähnlich wie jede firma weltweit wird anfangen zuerst ich komme aus kiel beispielsweise schleswig-holstein dann ganz deutschland dann europa und dann geht man international die märkte so machen sie chinesen auch ja nun habe ich eben in china zufällig 1,4 milliarden menschen das ist aber auch jetzt nicht ganz so wichtig sondern entscheidend dabei ist dass wie ist die kaufkraft entwicklung das wissen wir von den statistiken dass die sich so erhöht hat reale kaufkraft dass sehr viele chinesen in der lage sind zu kaufen und zwar natürlich die produkte die sie gut finden und jetzt ist die erste frage hat deutschland die produkte die china braucht in preisen die der chinesen in anführungsstrichen bezahlen will so und das haben wir schon besprochen die die tatsache ist dass wir gerade in der automobilindustrie aktuell deutsche konzerne sehen ein insbesondere der schlicht und ergreifend aus der wahrnehmung die wir vor ort haben kein optimal passendes produkt hatten hat für die chinesischen konsumer im bereich auto deshalb verkauft der deshalb wenig das ist also jetzt mal völlig unabhängig von irgendwelchen logistischen lieferketten sondern stimmt der markt nicht deshalb tue ich mich ein bisschen schwer von deglobalisierung zu reden weil der eindruck entsteht dass die deutschen firmen sich in irgendeiner weise zurückziehen was ja in dem mit auch richtig ist wenn ich sage ich verlage jetzt risiko von a nach b fakt ist doch aber so wie ich das wahrnehme dass die deutsche industrie eigentlich weiter internationalisiert weil mit 80 millionen menschen die wir in deutschland haben können wir das hier knicken das heißt also vom absatz das heißt die deutsche wirtschaft deglobalisiert nicht im sinne dass es sich international zurückzieht sondern sie regionalisiert in dem sinne dass ich eben die risiken und das wurde ja alles hervorragend beschrieben dass produkte monatelang irgendwo hin und her fahren dass man sagt ist das eigentlich sinnvoll kann ich das vermeiden und da muss man sagen ist china natürlich jetzt mit zunehmender volkswirtschaft auch in der qualität auch in der größe in der lage überhaupt etwas zu haben wo man sagen kann okay nämlich einen chinesischen zulieferer und das hat corona bewirkt corona hat bewirkt und das gilt bis jetzt noch das heißt die nachwehen von corona haben wir noch corona hat bewirkt dass die chinesischen zulieferfirmen ein fuß in zulieferketten bekommen haben den sie nie ohne corona bekommen hätten weil deutsche firmen nicht ihre verpflichtung erfüllt haben ich habe firmen besucht die haben klar gesagt ich weiß sagt der chinesische die deutsche firma die chinesische firma ich kaufe jetzt ein fake was soll ich aber machen wenn du mir schlicht nicht das notwendige ersatzteil jetzt geben kannst damit ich mein produkt fertig stelle und verkaufen kann oder eben das produkt ist verkauft und ich habe wartung ersatzteile und ich kriege die ersatzteile nicht aus deutschland rechtzeitig weil sie knapp sind also wir haben eine das kam auch schon durch eine sehr komplexe entwicklung lieferketten spielen eine große rolle der markt logischerweise auch die deutschen firmen kommen unter druck durch die entwicklung der autoindustrie elektromobilität das ist etwas was alle firmen und damit meine ich die oems wie aber auch alle zulieferer massiv beschäftigt denn wenn sie heute in die großstädte chinas fahren werden sie marken sehen die sie hier noch nie gesehen haben und die autos sind das muss man fair sagen gut und die werden irgendwann den weg nach europa finden jetzt hatten sie schon den 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 sprung in die die unterschiede die feinheiten zwischen die risk in die coupling gemacht war eigentlich erst später geplant aber nehme ich gerne auf wir haben gesehen ich glaube auch gerade in der präsentation die wir vorab gesehen haben erkannt ist das thema china kann in der lieferkette ein oder stellt ein risiko dar sie hatten schon gesagt kleinere mittelständler sind teilweise gar nicht in der lage aufgrund der aufstellung aufgrund der größenordnung und der kostenstruktur diese themen zu umgehen oder anders zu gestalten wenn man jetzt noch mal die chinesische perspektive nach europa einnimmt würden die chinesen denn anders machen also würden sie nicht in dieser situation auch die risking betreiben wenn sie jetzt den schritt nach europa gegangen sind so wie wir es jetzt überlegen ich bedanke mich für die frage weil wenn sie das ist es geht leider ein bisschen in die politik gucken sie es wird ja gerade überlegt ich glaube das ist nicht zu verhindern ist nicht zu verhindern deshalb gerade mit china spricht nicht gucken sie was wir doch gerade überlegen wenn ich die presse richtig verstehe ist dass europa überlegt sanktionen für chinesische elektroautos die nach europa importiert werden zu verhängen eben mit der maske wenn man sagt die sind so gesponsert vom staat ich drücke es mal so aus dass man das machen muss damit wir wieder irgendwo ein vernünftiges preislevel haben also was will man damit erreichen es wird auch cleverer zu sagen weil der gegenreaktion wird klar kommen wollen wir das also wirklich unserer deutschen automobilindustrie der größte markt der welt in china antun oder werden wir cleverer und sagen ja natürlich könnt ihr auch gerne jeden tag eine million chinesische elektroautos nach deutschland importieren nach europa uns völlig gleich aber eins müsst ihr machen ihr müsst die werkschöpfungskette zum teil nach deutschland oder nach europa verlagern sprich das was sie gerade ansprechen das tun wir aber nicht sondern wir sagen umgekehrt ihr kriegt erstmal sanktionen wenn ich jemanden sanktioniere will ich damit den positiven schritt erreichen dass er jetzt deshalb in europa produziert weil ich ihn vorher gedisst habe verstehen sie das ist einfach dass ich nicht verstehe an der richtung wir könnten das ganz elegant im grunde wenn man ehrlich so wie es sich nie am anfang gemacht haben ihr dürft nur ein schoner menschen machen so und wenn dann habt ihr entweder handel oder bitte produziert vor ort alles gut also ich glaube wir brauchen tatsächlich das was sie sagen werden die chinesen das machen weil die genauso kostenbewusst sind wie die deutsche industrie weil sie einfach auch in dem preiskampf natürlich stehen und sie haben dann das umfeld arbeitskräfte sozial mindestlöhne alles das was dazu gehört haben sie in standortkosten deutschland haben sie ja auch also warum sollen die nun plötzlich in deutschland 20 30 prozent günstiger produzieren können also daher zugang zu märkten ja nicht sanktionieren jetzt in diesem fall bei kriege ist was anderes und dann zu sagen herrlich aber produziert wertschöpfungskette bitte nach deutschland alles ist gut und dann wird man sehen was passiert da spielt auch so ein stück weit schon das thema politische stabilität mit rein also auch die frage in wie weit kann ich mich auf china auch verlassen in anführungsstrichen das ist ja ein großer faktor wie schätzen sie den ein das ist natürlich schwierig weil immer die gefahr besteht wissen wenn ich bin jetzt fast 30 jahre vor ort wenn ich sage china ist politisch stabil da würde man natürlich sagen ist klar der soll man muss das sagen ja es ist so lange vor ort hat schon ein bisschen vielleicht nicht mehr den ganz neutralen blick also meine wahrnehmung aktuell ist china ist politisch stabil aber richtig ist wir haben eine situation wo erstmals ich kann mich an nichts anderes erinnern dass der präsident zwei seiner kollegen nenne ich jetzt mal minister vorzeitig entlassen hat in einer weise wie es in china dann üblich ist nicht schön aber üblich ist das ist normalerweise nicht der fall also muss man davon ausgehen dass dort enorme spannungen bestehen und dass die lage zwar stabil aber spannungsgeladen ist ich tue mich nur schwer dies in einem verhältnis zu sehen wenn ich europa und amerika sehe und sage wo sind wir denn hier stabiler also ich hätte mühe derzeit europa als stabil zu bezeichnen und ich hätte auch große mühe amerika an der politischen situation mit den wahlen die kommen aktuell perspektive wir reden ja nicht über zehn jahre über zwei jahre als stabil zu bezeichnen wenn ich dann noch die schuldensituation amerikas noch sehen und die verschuldung europa also daher ist das wirklich eine hochpolitische frage die natürlich mit vielen fragen taiwan alles was damit zusammenhängt alles rein spielt und insofern würde ich zwei unterscheidungen machen und damit abschließen wenn es um zulieferung geht dann glaube ich muss jedes unternehmen auch in der lage sein im aufsichtsrat zu sagen die investition wollen noch mehr zulieferung nach china verlagern vielleicht tun wir das nicht und haben das gefühl wir können woanders das diversifizieren mit den gewissen kostennachteilen wenn es um markt geht wenn der vorstand der vor ort agiert den aufsichtsrat fragt können wir investieren in den markt produkt vielfalt zusätzliche produktion personal blablabla und da sagt der aufsichtsrat nein in der prämisse lass uns mal auf zwei jahre halten spielen weil das wissen wir jetzt nicht genau wie china stabil ist da verspreche ich ihnen wird diese firma den markt verlieren und zwar schneller als sie gucken kann und deshalb müssen wir in diesen beiden sachen sehr unterscheiden deshalb ist es sehr gut dass wir heute hier eher über die zulieferseite reden weil das wirklich ein unterschied ist wie man nach auf china guckt ist ja weniger die frage ist china der politischen seite stabil sondern wie sehen das die anderen also china kann ja ganz stabil weiter laufen aber third party sanctions und so weiter das sind ja keine themen die irgendwie außerhalb der welt wären sondern das sind ja ganz reale sachen und ich glaube da ist eher die frage wie entwickeln sich sonstige bedingungen wo wir einfach gezwungen werden in bestimmten sachen bestimmte geschäfte nicht mehr zu machen ja also alle wenn ich in der zentralbank vorher war und habe gesagt aus der russischen sicht anlagen us dollar war eine super sache stellt aber dann fest ich kann es nicht nutzen wenn es dann mal schwierig wird dann dann habe ich ein problem und ich glaube das ist was was man dort bei der ganzen bewertung der situation durchaus reinnehmen muss ich kann nicht mehr von einem land sein das ist stabil und das passt sondern ich muss überlegen wie kommen die ganzen anderen parameter mit zusammen absolut richtig also würde ich voll unterstreichen und das ist ja auch rausgekommen soweit wir haben eine völlig veränderte risikolage wir müssen als unternehmen mit flexibilität und mit den maßnahmen die sie schon gesagt haben wahrscheinlich wirklich für die nächsten jahre agieren also normalität wie sie vorher war ist in weiter ferne kommen wir vielleicht nochmal auf die wirtschaftlichen oder gesamtwirtschaftlichen auswirkungen sowohl in europa usa als auch in in asien jürgen michels man hat ja jahrzehntelang versucht quasi durch die durch die extreme globalisierung in der automobilindustrie dann auch kostenvorteile zu erzielen nearshoring kann eine lösung sein haben wir gesagt in teilbereichen ist es möglich dass deutschland oder europa davon profitiert am ende des tages auch wirtschaftlich also wir werden sicherlich was die produktionsstandorte angeht ein paar sachen zurückbringen können die frage wird sein wenn ich jetzt mal aus der automobilindustrie wegsehe sondern versuche das ein bisschen gesamtwirtschaftlich zu sehen das ist einfach kostenfaktor was hier gerade auch schon angesprochen wurde und die frage wird am ende des tages sein wie produktiv bin ich denn hier in europa und wenn ich das nicht hinbekomme werde ich gegebenenfalls preissteigerungen bekommen wenn ich das nicht durch produktivitätszuwächse durchbekommen kann und das haben wir jetzt gesehen wenn die preissteigerungen zu groß werden dann haben wir ein inflationsproblem dann werden die zentralbanken mit weiterhin einer restriktiven geldpolitik reagieren die finanzierungen die wieder notwendig sind um genau diese near showing projekte diese ansiedlungen hier durchzuführen wahrscheinlich schwierig machen das heißt ja ich kann partiell sagen es ist schön da kommt werk x werk y vielleicht nach deutschland nach europa zurück dass das aber jetzt der große faktor ist uns hier nach vorne zu bringen das sehe ich eher schwierig gleichzeitig sehen wir aber auch nehmen wir mal den us markt rein da wird es auch schwierig sein zu sagen ich bringe das jetzt alles dorthin weil ich habe dort das thema fachkräfte wahrscheinlich noch im viel größeren maße als einen engpass als wir das hier in europa haben ja die usa waren in den letzten jahren nicht auf industrie ausgerichtet und ist jetzt schön wenn ich jetzt im ira darüber gehen will jetzt ganz viele neue werke aufmachen werde man relativ schnell feststellen das funktioniert nicht also ich habe hier knappheitsgeschichten auch da wieder gesamtwirtschaftlich wenn ich da rein gehe bereit bin für diese menschen dann viel zu zahlen habe ich auch wieder einen cost push faktor und da sind wir auch wieder in dem thema drin kann ich das ganz am ende des tages finanzieren also ich bin da sehr vorsichtig wenn ich sage gesamtwirtschaftlich ist das jetzt irgendwie panakea wo ich jetzt nach vorne gehen kann sondern das muss man glaube ich differenziert sehen es wird gewinner dabei geben aber das ist jetzt nicht die die einzige strategie die für europa funktionieren wird wobei wir ja auch gerade schon bereits gesehen haben kosten spielen eine große rolle insbesondere in unserer automobilindustrie am ende des tages hat man aber auch schon in den vergangenen jahren festgestellt das risiko natürlich auch entsprechend zu managen und anzupassen das war schon immer der fall ist aber glaube ich hat nochmal eine größere bedeutung bekommen in den vergangenen jahren und da glaube ich da sehen wir glaube ich eine veränderung das was ich auch gesagt habe diese sicherheit von lieferketten ich weiß ja nicht ob es überall angekommen sie haben gesagt wir sind ja erst am anfang aber dem werde ich irgendwann im preis zugestehen müssen und das glaube ich wird auch bei der frage sein in welches land gehe ich da bekomme ich einen risikofaktor drauf der politisch oder geopolitisch zu sehen ist bis jetzt haben wir diesen politischen faktor ist die nachfrage groß oder klein in dem land und das kann ich damit absatzmengen angehen aber jetzt habe ich eine neue komponente die reinkommt und das glaube ich ist bei vielen entscheidungen noch nicht drin da sind wir glaube ich am anfang um zu sehen wo gehen wir da hin und das hat ja auch diese umfrage der EZB glaube ich ganz gut gezeigt wir sind an den anfängen da was zu tun und das ist bei weitem noch nicht durch und die schöne situation die wir jetzt hatten wir kamen aus der pandemie mit großen über ersparnissen ja wo ich auch die möglichkeit hatte das alles weiter zu geben das ist weg oder im großteil weg das heißt nach vorne wird das deutlich schwieriger werden vielleicht nochmal Herr Sommer was man so liest ist dass Thailand, Vietnam teilweise wirkliche Alternativen sind in Asien würden Sie dem zustimmen? ja also auf alle Fälle ist es richtig dass natürlich Firmen überlegen die in auch China verkaufen oder generell in Asien verkaufen sagen warum muss jetzt wie in der Vergangenheit sehr sehr viel in China stehen das hat sich einfach angeboten weil das Wachstum dort auch die Profitabilität nicht zu vergessen also nicht nur Wachstum nicht nur Umsatz quasi und auch wirklich die Ergebnisse ja aus China man kann es ja bei den Konzernen nachlesen entsprechender Vorrang waren also logischerweise würde ich als Vorstand als Aufsicherer sagen gut also dann bitte weiter erstmal in dieses Land investieren weil offensichtlich auch der Markt stimmt aber Sie haben völlig recht die Länder profitieren Sie haben ja auch lange genug würde ich mal sagen unter China gelitten weil eben das gesamte Investitionsniveau von Deutschland im Grunde so saugnapfmäßig auf China jedenfalls großteils dann reduziert wurde und ich glaube das ist gut weil wie immer auch wenn ich in China jetzt grundsätzlich lebe finde ich es immer gut wenn es eine gewisse Konkurrenzlage gibt und wenn sich jeder anstrengen muss letztlich auch die Investitionsbedingungen zu verbessern und ich glaube da kann und muss China nachlegen derzeit sind die Investitionsbedingungen nicht so gut aufgrund der neuen Gesetze die gemacht sind sind zu unsicher und das merkt China auch und deshalb ganz klar ja Länder Sie haben zwei genannt es gibt sicherlich noch mehrere profitieren von dieser Situation gar keine Frage Wie spielt aus Ihrer Sicht der Konflikt oder der drohende auch auszubrechende Konflikt China Taiwan dort mit rein? Das wird sicherlich in den Medien hier sehr groß geschrieben und natürlich wird ein Vergleich gezogen der mit Russland Ukraine und da wird gesagt Russland und China circa das selbe System und dann haben die da Ukraine angegriffen und dann wird irgendwann auch Taiwan angegriffen werden Nun ist es schwierig wenn ich Ihnen jetzt in der Kürze der Zeit sage daran glaube ich wirklich nicht und zwar in einer zumindest erstmal übersehbaren Zeit würde man sagen fünf bis zehn Jahre natürlich bin ich nicht in der Lage zu sagen ist China in der Lage Taiwan anzugreifen oder nicht ich meine das ist logisch aber die es gibt genug Sachgründe und auch sogar fast sagen wir mal irrationale Gründe die ja bei solchen Entscheidungen welcher Krieg ist schon rational dann auch eine Rolle spielen warum das China jetzt nicht machen wird mir ist nur ein Einsatz sehr wichtig wir dürfen wirklich überhaupt nicht Russland Ukraine und China Taiwan in irgendeiner Wurm vergleichen gar nicht dieser die weil das sind zwei völlig unterschiedliche Länder vier muss man oder drei je nachdem Länder und Gebiete die gemeint sind und die Diskussion ist ja aufgekommen weil eben Russland Ukraine eingegreifen hat und jetzt meint man nun muss es auch vielleicht irgendwann China tun klar der Präsident auch gesagt irgendwann will er diese Wiedervereinigung das ist aber nicht neu das gab es seit zehn zwanzig Jahren wenn Taiwan sich für unabhängig erklärt ist nächsten Tag der Konflikt heiß das war unter allen vor Präsidenten so also daher hat sich vielleicht dort in der in dieser Situation weniger verändert als hier wahrgenommen wird China ist noch erst dabei das alles aufzubauen was militärisch notwendig ist und noch letzter Satz gucken sich die asiatischen Länder an die sind ja nicht alles China-Freunde wie wollen sie also etwas machen wo sie dann diese Gräben die jetzt ja da wirtschaftlich bestehen politisch bestehen noch weiter aufbrechen das ist eine sehr sehr problematische Situation Taiwan wird eine Bedeutung abnehmen weil jetzt überall Chipfabriken entstehen und insofern wird dort auch eine gewisse Ruhe über die Jahre einkehren ist ja auch quasi ein gewisses Schutzschild gewesen die Chip-Industrie in Taiwan so aufzubauen wie sie heute aufgebaut ist so ist es und wir haben jetzt ich müsste jetzt lügen 70 Prozent des weltweiten Warenverkehrs über den Daumen 70, 75 marschiert durch die Straße das wird ja eher mehr als weniger werden aufgrund der Bevölkerung aufgrund des wirtschaftlichen Wachstums also auch wenn Taiwan von der Seite an Bedeutung abnimmt wird die logistische Seite bedeutsam sein und zwar für alle asiatischen und für alle westlichen Länder das heißt also da wird es immer internationale Abkommen geben und dies zu blockieren würde auch China unwahrscheinlich viele Gegner auf den Plan rufen Blicken wir vielleicht nochmal kurz in den Rückspiegel Herr Bauer auf Herstellerseite hat die Corona-Pandemie am Ende des Tages dazu geführt dass die OEMs wahnsinnig starke Margen durchsetzen konnten dass man sich auf die Produktion und den Absatz Margen starker Fahrzeuge fokussiert hat auf der Zulieferseite sah das ganz anders aus ja da wurden teilweise oder größtenteils die Kosten getragen dieser Corona-Pandemie Glauben Sie Glauben Sie die Hersteller haben gelernt aus den Erfahrungen der Pandemie Wenn ich die letzten Wochen Revue passieren lasse schwierige Gespräche Vertrieb OEM würde ich sagen wenig gelernt also Herr Fing Sie haben es gesagt ich glaube die Finanzierung dieser Krisenzeit ist über die Zulieferer gelaufen wir haben uns deutlich höhere Lagerbestände zugelegt wir haben mit unseren Produktionswerken bis zum Exzess eine Flexibilität uns erarbeitet was ja auch nur mit den Menschen geht die dort arbeiten ja das heißt also flexible Arbeitszeit konnten dann teilweise auch wiederum Sonderschichten also wenn mal ein Band läuft und das profitabelste Produkt eines bayerischen OEMs nicht so vom Band läuft wie er sich das vorstellt dann kriegen Sie natürlich richtig Druck dann fahren Sie also 21 Schichten durch also ich bin schon der Meinung dass wir da in den strategischen Dialogen die habe ich ja angesprochen die finden auch wirklich statt dass wir da einfach noch mehr den den Finger in unsere Wunde legen müssen dass wir sagen also so können wir die die Sache nur schwer überstehen ich wollte noch zwei Ergänzungen machen Herr Doktor Michel Sie haben was Wichtiges gesagt USA das gelobte Land oder IRA man kann da natürlich investieren das kostet richtig Geld wir haben Fachkräftemangel und auch ein bayerischer OEM hätte dort gerne ein Sourcing weil es für ihn berechenbarer ist aber wie ich vorher schon erwähnt habe es läuft halt immer noch komplett über den Preis das Thema und da haben Sie damit Fachkräftemangel Fluktuation 30-40% immer wieder anlernen nenne ich es da haben Sie keine Chance ein Produkt zu liefern was einen kompetitiven Preis hat im Vergleich zu sie holen es aus Indien aus Mexiko und das das zweite keine Thema Verfehlung sorry Herr Sommer hatte das auch angesprochen ein ein gehobener Mittelstand wie Hirschvogel kann ohne China nicht leben wir können nicht überleben also das ist diesen Markt jetzt sozusagen aufzugeben oder das macht keinen Sinn wir versuchen momentan möglichst autark unsere chinesische Gesellschaft aufzustellen also wir sourcen jetzt auch das Rohmaterial dann aus China wollte ich noch ergänzend erwähnen ich glaube das ist so der Weg den das deutsche Unternehmen gehen sollte also absolut präsent bleiben in China und ich nenne es mal ein etwas verschärftes Decoupling vielleicht fahren genau also zurück zum OEM wir sehen wirklich eine Aufweichung der 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 Gesprächsbarrieren freuen uns da auch immer wieder drauf aber am Ende des Tages sind wir noch nicht glücklich dann hoffen wir dass die dass die Stimmung anhält zwischen Ihnen und den OEMs Herr Steiner vielleicht ganz kurze Anschlussfrage spontan wie wir sind die Kosten hat Herr Bauer auch gesagt sind im größten Teil durch die Zulieferindustrie getragen worden trotzdem oder dennoch gab es den ein oder anderen Zulieferer der auch Stützungsmaßnahmen von den OEMs benötigte sehen Sie irgendwelche Tendenzen des OEMs sich diese Kosten oder diese Investitionen auch wieder zurückholen also ich glaube man muss da wirklich auch dann nochmal die Position des Zulieferers genau anschauen also wie ist der in der Commodity posteniert um im Prinzip quasi da überhaupt entsprechend die Frage sich stellen zu können gibt es eigentlich überhaupt eine Stützungsleistung oder nicht dann kommen wir nämlich genau da wieder zurück nämlich Lieferkettenstabilität ja natürlich also in den Situationen in denen wir momentan drin sind und wenn es Stützungsleistungen gibt dann ist es im Prinzip auch genau die Frage natürlich für einen OEM wenn ich heute reingehe und im Prinzip diesen Zulieferer akut stütze mit Liquidität was kann ich denn und das vielleicht dann auch nicht kurzfristig aber was kann ich dann in zwei drei Jahren denn damit für die Commodity entsprechend auch wieder wieder gewinnen nämlich die Frage ist natürlich auch wie sieht eigentlich die Strategie dieser Commodity aus aus Einkaufsperspektive und genau deswegen ist ja eigentlich quasi am Ende auch die Frage gibt es überhaupt die Möglichkeit über Stützungsleistung zu sprechen oder nicht vielleicht nochmal auf das Thema just in time just in sequence Produktion auch sehr verbreitet natürlich oder das Mittel der Wahl in der Automobilindustrie zurück zu kommen ist es noch das Mittel der Wahl auch in Zukunft in dieser Größenordnung wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben ich würde mich schwer tun das beantworten zu können also das ist auch so ich glaube nochmal kurz ein Blick in den Rückspiegel sämtliche andere Industrien haben immer auf die Automotive Industrie geschaut und haben gesagt so eine feingetaktete Supply Chain just in time just in sequence das ist ja eigentlich genau das was wir quasi auch bei uns mit haben wollen also wir haben auch viele Beratungsanfragen in der Vergangenheit gehabt so vor Corona wo im Prinzip genau diese Frage mit kam im Endeffekt wenn ich heute auf just in time und just in sequence mit schaue dann funktioniert das eigentlich nur noch über höhere Lagerbestände was eigentlich nicht Sinn und zweck das just in time und just in sequence mit ist aber genau deswegen natürlich dass die Sequenz ans Band richtig ankommt bei den OEMs das ist heute noch so und das wird auch in Zukunft so mit sein weil die Bestände werden aber in dem Moment woanders mit liegen und das ist eigentlich dann genau der Punkt also wenn ich wahrscheinlich jetzt sie fragen würde wie haben sich ihre Bestände verändert in den letzten letzten Jahren exakt also deswegen ja just in time und just in sequence wird es im Prinzip quasi vom Prinzip her geben aber das ist immer die Frage wie fein ist eigentlich die Lieferkette ausgetaktet um genau diese Bestände runternehmen zu können und das ist eigentlich dann die Frage des Risikos das ist eine gute Überleitung zu Ihnen Herr Bauer das wäre mein nächstes Thema gewesen Bestandsaufbau von Beständen Working Capital Management dann am Ende des Tages auch noch wir sehen gestiegene Finanzierungskosten die Zinslandschaft hat sich vollkommen geändert wie gehen Sie bei Hirschvogel damit um also tatsächlich Working Capital Aufbau haben wir in den letzten drei Jahren gesehen aber Sie sind guter Hoffnung dass das auch wieder in die andere Richtung geht also ich denke nicht dass wir das Niveau erreichen werden das wir vor Corona hatten also ich denke aufgrund der batterieelektrischen Fahrzeuge extrem volatile Abrufe da können wir eigentlich alle UEMs nennen auch den amerikanischen mit dem Thema dass Sie einfach Sie können nicht an zwei Tagen die Woche ein bisschen produzieren und den Rest nicht da haben Sie auch keine Produktivität das heißt also Sie fahren Ihre Recherche durch und halten dann quasi an was auch wieder zu höheren Lagerbeständen natürlich führt also ich denke wir sehen das alte Niveau nicht wieder dennoch und Sie wissen das auch tun wir alles um die Vorräte im Griff zu behalten da sind wir natürlich wieder auf unsere Vorlieferanten angewiesen die aber auch natürlich jetzt von der Marge her sehr sehr mit sehr sehr wenig auskommen müssen also das Thema Lagerhaltung ist aus unserer Sicht eine der wesentlichen Herausforderungen und hier glaube ich wie gesagt nicht dass wir hier wieder DIOs sehen werden die wir vor Corona hatten das ist nicht möglich ja das ist eine Entwicklung die glaube ich in der ganzen Branche zu beobachten ist das ist ein interessanter Punkt das Thema Working Capital in den letzten Jahren wenn man im Prinzip jetzt mal so mit den Zinsen letztendlich das in Verbindung bringt das stand nicht wirklich auf der Agenda weit oben heute ist eigentlich das mittlerweile ich kenne kaum mit einem Vorstand wo im Prinzip Working Capital Management nicht so weit oben auf der Agenda mit steht weil nämlich genau die Frage ist naja diese Prozentpunkte in der Finanzierung die muss halt in dem Moment quasi auch ein Zulieferer sich dann entsprechend leisten können die ist auch ursprünglich nicht in der Kalkulation wahrscheinlich drin gewesen die sie ja ursprünglich abgegeben haben genau Herr Steiner also das noch ein ganz wichtiger Punkt in der Kalkulation ist immer die Vollauslastung angenommen und natürlich keinerlei Working Capital Kosten das heißt mit dem sind wir jetzt seit zwei zweieinhalb Jahren massiv konfrontiert und da fallen die Gespräche dann sehr schwer mit den Kunden ja das kann ich mir vorstellen vielleicht Jürgen Michels nochmal kurz wir hatten über Deutschland Europa gesprochen als möglicher Profiteur der Themen die wir besprochen haben wenn wir über Stellschrauben reden was sollte man sollte man sollte Deutschland tun um den Wettbewerbsstandort auch wieder wettbewerbsfähig zu machen Stichwort vielleicht Energiekosten also wenn man zurückblickt wir haben Anfang der 2000er die Debatte über den kranken Mann Europas gehabt in Deutschland und dann haben wir irgendwann Maßnahmen ergriffen bevor wir dahin kamen hat es aber lange gedauert und bevor die Agenda 2010 kam waren wir nicht Mangel von Erkenntnis sondern Mangel von Durchsetzung und damals war im Vergleich zu heute das Thema relativ einfach wir hatten einfach zu Hohl- und Stückkosten und das haben wir dann irgendwo adressiert und dann ging es besser ich habe vorhin diese vier Ds genannt diese vier Ds ist kein deutschlandspezifisches Problem sondern es trifft mehr oder weniger jedes Land also wenn man jetzt mal Dekarbonisierung nimmt die USA müssen auch fast 10 Millionen Arbeitnehmer von fossilen Energieträgern zu anderen umwidmen also da gibt es ganz viele Sachen die sind nicht deutschlandspezifisch wir haben uns aber nachdem wir diese Reform gemacht haben nachdem es wirtschaftlich supergut gelaufen ist uns ein bisschen nach hinten gelehnt haben sehr viel konsumiert und so weiter und sind dann auch wieder nach hinten durchgereicht worden jetzt haben uns ein paar Schocks mehr getroffen als andere die werden sich ein Stück weit wieder reduzieren aber ich glaube was wichtig ist für alle Unternehmen das Thema Bürokratie da muss man glaube ich auf der Breite rangehen da tun wir uns sehr schwer mit ich glaube das größte Thema darüber hinaus ist eine Art von Planungssicherheit nehmen wir mal diese ganze CO2-Bepreisung alles was damit vorbei ist wenn es jetzt irgendwo das erste Mal ein bisschen kritisch wird zu sagen ich nehme es wieder raus für ein Jahr dann nehme ich jede Inzentivierung zu sagen ich will in energieintensive oder energieeffiziente nicht intensive Maschinen zum Beispiel investieren das fällt weg also da glaube ich brauchen wir einfach einen klaren klaren Weg nach vorne dass wir uns auf ein paar einfache Komponenten verständigen die jeder verstehen kann wo jeder das auch in die Planung mit reinnehmen kann aber wir sind so im Klein-Klein unterwegs und vielleicht eine der größten Geschichten die helfen könnten darüber hinaus ist das Thema dass wir uns irgendwann bewusst werden müssen dass wenn wir alles elektrifizieren wollen der Strompreis eine viel größere Rolle spielt und dieses Strompreis Design das wir derzeit haben mit einem steigenden CO2 Preis einfach nicht funktionieren kann und da wird uns ein Brückenstrom Industriestrom und so das wird uns alles nicht helfen ich glaube da müssen wir gucken dass wir auf europäischer Ebene Sachen beginnen zu verändern also da glaube ich muss man ganz ganz klar rangehen um hier an der Stelle für die Unternehmen wieder eine sichere Planungsgrundlage zu geben Zudem habe ich gerade gestern gehört das Produktivitätsniveau ist in Deutschland relativ niedrig oder relativ stark gesunken und wir haben alle den Anspruch nicht alle aber wir wahrscheinlich nicht in dieser Runde aber viele haben den Anspruch auf eine ordentliche Work-Life-Balance Arbeitsstunden sind absolut gesunken oder auf dem Tiefstand das wird sicherlich auch eine Rolle spielen natürlich das war ja ein Wettbewerbsfaktor das kommt nochmal mit rein wobei wenn man die Lohnstückkosten momentan anschaut da sind wir gar nicht so schlecht aber wir müssen da ganz klar sehen Geschichten wie vier Tage, Wochen und so ich glaube das wird alles ist noch Wunschkonzert und ich glaube da müssen wir uns neuen Realitäten einfach hingeben dass wir dort rein flexibel sind zum anderen aber auch sicherlich mit den vorhandenen Kapazitäten die wir haben dass wir die auch ausschöpfen müssen Darf ich kurz einhaken weil das Wort Wunschkonzert ist eigentlich ein Thema wo man ja einfach sehr schnell leider muss man sagen an Europa denkt wir haben eine Bürokratie die den deutschen Mittelstand und auch die großen aber den deutschen Mittelstand genauso hart trifft dies nicht mehr zu händeln und alle Produktivitäts- und Effizienzvorteile die man versucht mühsam auf der Produktionsebene zu erreichen werden durch die überbordene Verwaltung wieder zunichte gemacht im Gegenteil sogar letztlich dann höher gefahren das ist eine Entwicklung für die nicht Deutschland alleine steht auch aber überwiegend Europa und das meine ich mit Wunschkonzert leider müssen wir doch feststellen wir würden immer ganz gerne wollen wir brauchen Europa weil wir tatsächlich auch aus Deutschland zu klein sind Fakt ist wenn ich in die Runde fragen würde und wir würden das Publikum fragen wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass wir zu wesentlichen Fragen in Europa eine einheitliche Meinung finden wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass tatsächlich Bürokratie abgebaut wird um die Unternehmen zu entlasten dann würden die Antworten vermutlich relativ schwierig ausfallen ich habe dazu keine Lösung ich will nur sagen das wiederum wird mit allen Konsequenzen die daraus kommen den Druck der Firmen die in Deutschland die in Deutschland erhöhen wieder ins Ausland zu gehen weil eben die Bedingungen dort Strompreis Arbeits ich sag jetzt mal gar nicht Willigkeit wie weit ist überhaupt noch Arbeitsstunde wesentlich bei Digitalisierung in einer Produktion wie weit ist das Thema ergeben und da werden wir uns generell Gedanken machen müssen dass wir nicht Industrie verlieren aufgrund dieser Situation Standort Deutschland Standort Europa ein ganz ganz wichtiges Thema in dem Bereich ein weiteres ganz ganz wichtiges Thema ist glaube ich das Thema Nachhaltigkeit was wir schon besprochen haben aus meiner Sicht sicherlich auch ein oder kann zu einem Wettbewerbsvorteil werden den wir gegebenenfalls auch gegenüber China hatten wir widmen uns gerade sehr stark dem Thema Batteriezellproduktion wie sieht es dort aus aus Ihrer Sicht Herr Bauer aus der Erfahrung beziehungsweise aus der Praxis Nachhaltigkeit von den OEMs wird schon auch gefordert in der in der Lieferkette also auch von Ihnen ja also in der Tat die Forderungen kommen jetzt immer öfter wir haben aber dennoch über dieser Forderung als Prio 1 den Preis und momentan ist dieses Thema CBAM soweit wir es verstehen ich würde mal sagen bis 227 keine große Hilfe und dann stehen wenn man die Warnummern und die Zolltarifnummern anschaut auch verschiedene Teile nicht drauf oder drin so dass ich aus der Praxis berichten kann sie können heute aus Indien an einem polnischen Kunden deutlich billiger liefern wie wenn sie in Polen produzieren für den polnischen Kunden das ist Fakt das heißt da muss man auch einzelfallbezogen mit den Tierwans und OEMs einfach Gespräche führen mit welcher Wichtigkeit und Wertigkeit soll das Thema CO2 jetzt ins Produkt einfließen wir tun sehr viel an deutschen Standorten was dazu führt dass wir wir haben jetzt ja 7 Megawatt Peak Photovoltaik Feld aufgestellt das muss auch finanziert werden also wir tun sehr viel um über PPAs und auch tatsächlich Direktversorgung mit grüner Energie dem Kunden auf jeden Fall ein Angebot machen zu können ich glaube das ist sehr wichtig dass die auch wir als Zulieferer ein Angebot bereit haben und momentan aber auch dem Kunden noch die Wahl lassen müssen willst du es richtig günstig und oder oder ist die CO2 die CO2 Vermeidung jetzt die höhere Priorität ja also noch Flexibilität ja das heißt wir sind in einem ziemlichen Spagat und das Thema Nachhaltigkeit ist noch relativ gering ausgeprägt wenn ich das richtig verstehe aber auf der anderen Seite wird es natürlich zunehmen und dem Endkunden auch wichtiger werden ich glaube da hat die Gesellschaft sich auch verändert das heißt der Endkunde wird mehr Nachhaltigkeit fordern ja und letztlich ist die Frage die kann ja auch oder den großen Teilen wird sie wahrscheinlich auf die Wertschöpfungskette dann abgewälzt werden in Anführungszeichen das sehe ich auch so also ganz wichtig aus unserer Sicht dass die Jahre die jetzt bis 2027 kommen und dann mit der Nacharbeit der Zolltarifnummer nenne ich es mal oder der Aufnahme der vielleicht noch relevanten Warnnummern wird das Pendel dann höchstwahrscheinlich schon in Richtung Europa umschlagen aber nicht so dramatisch ist unsere Einschätzung dass wir jetzt deutsche oder europäische Kunden nur aus Europa dann bedienen können müssen sollen also ich denke das kommt auf die Commodities dann konkret an im Einzelfall wir haben ja eine globale Geschichte jedes Land versucht seine Ziele irgendwann zu erreichen und wenn man sieht die ganzen Commitments die abgegeben wurden und wo wir jetzt stehen da muss sehr viel passieren in den nächsten Jahren um da irgendwo hinzukommen also da ist wirklich ein massiver Investitionsbedarf da und das nicht nur in Europa also ich bin dabei bei CWM das wird wahrscheinlich lange dauern und die Frage ist wenn es denn mal da ist wie fühle ich das dann nachher mit Tarifen mit Leben was kommt denn da wirklich rein und das heißt die Installation genauso die ganzen Vorkehrungen die wir auf der Finanzseite haben wo in Europa der Finanzsektor als Transmissionsmechanismus eigentlich genutzt wird in den USA gehen einen anderen Weg aber ist die Frage wann wird das Ganze wirklich wirksam und da werden glaube ich momentan die Grundvoraussetzungen geschaffen und die Frage wird dann sein wann wird es dann irgendwann scharf gestellt ja also finde ich sehr sehr gut und ergänzend auch wir stellen uns grundsätzlich schon natürlich als Firma auf um hier dieses CO2 Dekarbonisierungsthema sehr ernst zu nehmen vielleicht auch nur mal ein paar Beispiele Sie hatten es glaube ich vorher erwähnt Herr Dr. Michles wir können jetzt nicht alle Öfen momentan elektrifizieren die wir gerade in Deutschland haben das gibt das Stromnetz nicht her das heißt wir elektrifizieren so weit wie möglich versuchen das auch mit grüner Energie dann entsprechend umzusetzen und hoffen natürlich auch dass irgendwann grüne Energie einen kompetitiven Preis hat also wir wir bemühen uns da wirklich sehr hier auch mit vorne dran zu sein auch wenn wir immer in Verdacht stehen Stahl- und Aluproduktion das sind die Übeltäter aber das versuchen wir auch mit unseren Stahlwerken Stichwort grünen Stahl natürlich in den Griff zu bekommen hier wird es natürlich zu einer deutlichen Verteuerung kommen also Beispiel 1000 Euro pro Tonne Stahl grün dürfte sich dann sicherlich um 200 bis 300 Euro pro Tonne verteuern dann sind wir natürlich auch beim Endkunden ob er bereit ist das zu zahlen oder wie reagiert die Politik dann konkret auf die Entwicklung das heißt Nachhaltigkeit hat ihren Preis am Ende muss man sich fragen wer übernimmt die Kosten ein Teil wird bei ihnen wahrscheinlich anlanden ist der Konsument dazu bereit dann in noch höhere Fahrzeugpreise rein zu gehen ich meine wir sind zurzeit in der Situation wo batterieelektrische Fahrzeuge aus Europa sowieso schon vom Preislevel her eigentlich zu hoch angesetzt sind wir haben also mehrere Herausforderungen die so gleichzeitig unterwegs sind ja also gar keine Frage wurde gesagt wir haben ja die Firmen wie ihrer auch ist ja global aufgestellt so also jetzt ist die Frage wenn ich wo wenn ich A ein Produkt für den Preis X habe und das andere Produkt X plus wie viel Prozent auch immer ist die Frage wie manage ich das und wenn ich für dieses Produkt nachher keinen Absatz mehr habe auch in den Märkten die das eigentlich verlangen dann wird kein Unternehmen in der Welt sagen ich mache es aber trotzdem weil die Politik sagt da muss ich was machen und damit sind wir eben in dieser in diesem Spannungsfeld das globale Themen wie Umwelt CO2 Reduzierung nicht mit regionalen Regeln geregelt werden können das ist völlig normal das ist das ist also ja wie schon gesagt ganz normal so und dieses Spannungsfeld mit dem werden wir aber leben müssen mit dem müssen wir uns irgendwo abfinden weil eben die Regionen sich unterschiedlich entwickeln auch in Zukunft werden und das ist ein Wettbewerbs vor oder Nachteil je nachdem welche Systeme wir ansetzen und da müssen wir wirklich aufpassen dass wir unser Ziel unser richtiges und nicht nur gut gemeintes sondern sicherlich auch notwendiges Umweltziel so ansetzen dass wir im Ergebnis erreichen dass die Firmen dann sagen sorry nicht raus weil dann haben wir nicht nur das nicht erreicht sondern wir haben das Gegenteil erreicht weil die gehen ja dahin wo es dann nicht so ideal ist also da müssen wir einfach aufpassen und das wäre sehr sehr schade wenn uns das nicht gelingt vielleicht sprechen wir noch kurz über die USA über den Inflation Reduction Act welche Auswirkungen wird der gegebenenfalls auf lokale oder eher wieder globale Lieferketten haben also wir sehen da ja Vorschriften von lokalen Produktions oder Wertschöpfungsanteilen die gefordert sind wie wird sich das auswirken wir haben es gesehen es gibt viele Unternehmen die sagen wir müssen jetzt um das hinzubekommen Sachen darüber verlagern wir haben gleichzeitig Gespräche auf der politischen Ebene dass man das ein Stück weit anpassen könnte ich glaube am Ende Bauer Sie haben es gesagt die Frage die Vorteile die da sind die relativ ein einfaches System reinbringen aber am Ende muss ich mir als Unternehmen anschauen ist es dann wirklich auch wirtschaftlich dort zu produzieren die andere Frage wird natürlich auch sein wie sieht es nach den nächsten Wahlen aus wird dieses System auch so weiter bestehen oder ist das was jetzt von der beiden Administration herausgegeben hat vielleicht dann auch Ende 2024 Historie und da glaube ich muss man schon auch da wieder ein Risikoparameter anlegen um zu sagen ja das sind Vorteile es ist sehr einfach da rein zu gehen und sicherlich wird das zu Verschiebungen führen aber ob das langfristig wirklich geht glaube ich kann man jetzt nicht nur die rein Steuervorteile sehen die kurzfristig entstehen sondern ich glaube das muss im gesamtstrategischen Kontext reingebettet werden Zu Beginn Herr Steiner hatten wir oder Sie hatten die drei Themenblöcke aufgemacht wie können wir die Resilienz in der Wertschöpfungskette oder in der Lieferkette steigern eins davon war das Thema Transparenz ja ich glaube auch das Thema Digitalisierung der Wertschöpfungskette ist ein ganz wichtiges zahlt sicherlich als dahinterliegender Faktor auf die Transparenz dann ein wo stehen wir da heute wir haben Fortschritte gemacht aber wir stehen bei weitem noch nicht da wo wir wenn man auf das Thema drauf schaut und sagt eigentlich jeder hat im Prinzip ein SAP System jeder ist im Prinzip quasi irgendwie connected man könnte doch im Prinzip da eine deutliche Transparenz innerhalb bis zum End hier mit zufügen ne also da stehen wir heute noch nicht da stehen wir aber auch deswegen heute noch nicht Kompatibilität Datenschutz etc. aber letztendlich auch natürlich quasi wie offen ist denn jeder um seine Daten im Prinzip entsprechend auch dort breit zu geben aber ist es die Zukunft da glaube ich sicherlich dran also das Thema Digitalisierung in der Supply Chain ist im Prinzip was wo uns sämtliche Möglichkeiten an der Stelle auch gibt Bestände zu steuern das Thema Bullwip-Effekte zu vermeiden und wirklich dort deutlich kosteneffizienter und aber letztendlich auch gleichzeitig die Liefer einmal die Lieferfähigkeit zu erhöhen das wird die Kombination sein die durch Digitalisierung an der Stelle notwendig ist aber letztendlich auch mit möglich ist also von daher das ist definitiv ein Weg vorwärts. Herr Bauer Sie haben es schon gesagt Working Capital zahlt Ihnen am Ende des Tages niemand demzufolge wären Sie ein Freund des schnellen Ausbaus der Digitalisierung der Wertschöpfungs- oder Lieferkette. Ja absolut also bezahlt bekommen wir es nicht wirklich ich muss allerdings auch eine Lanze für die Kunden brechen bei dem Thema Forderungen und Zahlungspünktlichkeit sage ich Chapeau also die Zahlungsziele werden alle eingehalten wir versuchen auf Verbindlichkeiten Seite auch mit den Lieferanten ein vernünftiges Gebaren also sprich wir wollen auch pünktlich Zahlen aufrecht zu erhalten also es dreht sich konkret um die Lagerbestände und hier sind ja Abrufe heute ohnehin schon über EDI eingestellt es wäre halt schön wenn man eine bessere Transparenz hätten und nicht eine permanente Überbuchung der tatsächlichen Bedarfe das wäre für mich gar nicht mal die Digitalisierung an sich sondern eine Transparenz in der Lieferkette und natürlich ist es für uns sehr sehr wichtig in der Fabrik nenne ich es mal salopp die absolute Transparenz und die perfekte Steuerung im Wertstrom zu haben um die Abrufe mit dem minimalen Vorratsbestand auch an unfertigen Erzeugnissen also mit minimalem Bestand zu bedienen um da eben eine optimal niedrige Lagerhaltung zu haben da arbeiten wir auch hart dran Mit Blick auf die Uhr vielleicht sind schon einige Fragen eingetroffen nehmen wir die Fragen gerne noch auf ich würde vielleicht kurz zusammenfassen an Herrn Bauer Sie sind in Anführungsstrichen das erste Opfer wo ist das Supply Chain Management bei Ihnen im Unternehmen aufgehängt gibt es eine Vorstandszugehörigkeit hat sich das gegebenenfalls während Corona auch verändert also wir haben das Supply Chain Management direkt beim COO aufgehängt also es ist direkt am Vorstand die Zuständigkeit war dort schon immer es gibt jetzt eine deutlich engere Zusammenarbeit mit dem Controlling weil eben jetzt auch die das Eurovolumen der Lagerhaltung deutlich gesteigert ist und ich denke es ist sehr sehr wichtig dass die Themen die auch von der IT flankiert werden können also Steuerung der Produktion im Werk und Transparenz bezüglich Vorräte dass hier ein enger Austausch zwischen IT Supply Chain und aufgehängt am COO stattfindet was wir auch haben unter anderem dem wir die neuesten Systeme eingeführt haben Jetzt gibt es nochmal ein Thema in Richtung und das ist ja ein heißes Thema in der Industrie wir hatten es auch schon diskutiert Verhandlungspositionen Zulieferer Hersteller hatten sie auch schon gesagt da hat sich ein bisschen was getan die Frage der Nachhaltigkeit also nicht Nachhaltigkeit im Sinne von Nachhaltigkeit sondern im Sinne der Langfristigkeit ist sicherlich eine die fair ist zu stellen vielleicht noch zwei Sätze Ja also nachhaltig glaube ich noch nicht so richtig wir kämpfen jedes Jahr sozusagen in individuellen Kundengesprächen um eine Kompensation was aus unserer Sicht als Unternehmen Pflicht ist wir müssen die Transparenz über unsere Kostensituationen und über die spezifischen Kundenartikel diesen Nachweis dass wir hier Steigerungen haben auch Steigerungen beim Vorratsvermögen die müssen wir erbringen und dann haben wir auch recht gute Erfahrungen gemacht wenn es dann um eine Verhandlung geht das dann doch sockelwirksam oder nicht sockelwirksam ist immer so ein Thema dass dann der Kunde doch bereit ist einen Teil davon zu übernehmen also dokumentierte ja Übernahmen von Kosten die sich während der Laufzeit ergeben sind auch in Zukunft eher nicht abzusehen richtig jetzt schaue ich noch mal auf die weiteren Fragen Herr Steiner vielleicht noch ein Thema in Richtung Beratungsleistung Supply Chain Management sehen Sie da eine größere dauerhaft größere Nachfrage also absolut was wir momentan sehen ist insbesondere das Thema Working Capital ist ein sehr sehr heißes Thema in Richtung Beratungsdienstleistungen wo im Prinzip tatsächlich momentan sehr stark nachgefragt wird auf der anderen Seite auch das Thema End-to-End Supply Chain das heißt genau die Frage der Digitalisierung aber letztendlich wie kriege ich eigentlich denn innerhalb der End-to-End auch meine Bestände mit runter wie kriege ich im Prinzip Zahlungsverhalten etc. auch mit gesteuert das an der Stelle tatsächlich kann ich auch bestätigen was ja einmal sehr gut von den Kunden mit eingehalten wird aber trotzdem genau das ist eigentlich die Frage wie kriege ich eigentlich das Thema Supply Chain gesteuert um im Prinzip End-to-End A stabiler aber B dann im Prinzip auch kostengünstiger es zu gestalten und das sind ganz klar Themen wo wir im Prinzip derzeit auch sehr hohen Beratungsbedarf sehen Jetzt versuche ich nochmal eine Frage an den Jürgen Michels rauszufinden aber ich glaube es gibt keine dann muss ich nochmal zum Herrn Steiner gehen letzte Frage vielleicht einfach durch die Themen Inflation, Zinsanstieg und allgemeine Kosteninflation die wir sehen auch mit Blick auf Single-Source, Dual-Source-Diskussion hat sich da nicht wirklich was getan oder nicht messbar Ne also wir sehen es vereinzelt in sehr kritischen Commodities an der Stelle sehen wir tatsächlich auch den Punkt dass das im Prinzip deutlich mehr in der Einkaufsentscheidung auch mit reingezogen wird aber wenn man im Prinzip in die Breite schaut dann sieht man einfach immer noch genau den Punkt wir sind in einer kompetitiven Industrie das Thema also auch wenn OEMs im Prinzip Entscheidungen treffen dann treffen sie das heute immer noch sehr sehr stark aufgrund von Kosten aufgrund von dem Preis den der Zulieferer abgibt und natürlich wenn wir im Prinzip hier drüber sprechen über Dual-Sourcing Dual-Sourcing kostet Geld Dual-Sourcing Sie hatten es vorher erwähnt das Thema Fixkosten deswegen ich sehe es vereinzelt ich sehe es aber nicht in der Breite Gut dann schauen wir auf die Uhr es ist genau 12 Uhr ich würde sagen es ist eine Punktlandung bedanke mich sehr für die anregende Diskussion ich glaube das sind Themen über die kann man tages sprechen wir müssen es leider dann irgendwann so ein Stück weit abkürzen aber der nächste Automotive Talk der Bayern LB und des Sektors folgt dann natürlich spätestens in 2024 ich freue mich dann auch wieder über zahlreiche Teilnahme von Ihnen an den Geräten gegebenenfalls sieht man sich auf einem der nächsten Panels dann wieder bedanke mich sehr für Ihr Zutun und Ihre Zeit die Sie investiert haben fand ich sehr spannend Dankeschön und bis zum nächsten Jahr